Also, ich glaube, das ist meine eigene. Ja, nee, aber ich habe die gleiche Waffe zweimal gehabt, aus irgendeinem Grund. Die gleiche Linke, die ihre. So, warte mal kurz. Ich mache mal kurz hier den Heil-Ding ins. Schmeiß das gleich mal an. So. Das müsste dich jetzt auch hochgeheilt haben, theoretisch. Kann sein. Weil das haltet immer beide. Wäre schön, wenn du so ein Ding auch hättest, aber... Hab ich. Benutzt es doch nochmal. So. Hast du es gemerkt? Nein, aber gut. Wieso auch immer. Es hat 30 Sekunden Abschlenkzeit, also. Ja, nee, ich weiß. Das nervt ein bisschen, aber die 30 Sekunden ist schon vorbei. Insofern haben wir das so. Boah, du spammst die immer so schnell um. Ich muss mit dem Klaufen, dass ich da irgendwie hinkomme. Tja, das ist das tolle an Fernkampf. Ja, allerdings. Stirb! Komm nicht ran. Hacke. Bam, bam. Kriegst du die eigentlich aus der Luft gefischt? Welche? Nein, nein, die komischen Fliegenviechern nicht. Was eigentlich unlogisch ist doch, weil sie müssten ja normalerweise auch von Zaubern sakitieren. Natürlich, aber sie werden anscheinend nicht getroffen. Oh, aber nein, nein. Begleiter, oh. Dein Begleiter hat alles Geld in der Stadt verbraten. Du bringst hier, um ihn zu bestrafen. Oh, oh. Würdest du das denn tun? Ja, klar. Drücke hier, um deinen Begleiter in den Schädel einzuschlagen. Okay, okay, natürlich. Sofort, dann habe ich keinen Begleiter mehr. Ist mir egal. So, jetzt ist es aber auch mal gut hier. Also, so und nochmal heilen eben gerade hier so. Ja, ich habe einfach keine Heiztränke mehr. Ich benutze nur noch diesen Zauber. Weil er eigentlich richtig gut ist und kriegt mit auch natürlich heilt. Du hast ja heil. Wenn die da oben sind, ist es nervig. So, es ist ja hier nicht euer Ernst. Naja. Ist er Sackgasse oder was? Scheinbar, ja. Ist nicht vielleicht hier ein Geheimgang oder so? Nee, bis nach oben. Ist auch sinnig, dass wir da oben geht es weiter. Wo rennt der denn hin? Nee, keine Ahnung. Ja, nee, die Waffe ist schön. Die gefällt mir sehr gut, auch wenn es jetzt eine doppelhändige Waffe ist, natürlich. Bulle, du Schraux. Oh, ich bin schon reingegangen. Egal. Oder Rex. Ich kann wieder nicht mehr lesen. Den lesen ist meine Swäche. Hat es gerade gehakt. Ich habe hier gerade ein bisschen meinen Move ausprobiert, weil ich den jetzt so lange nicht mehr gesehen habe. Aha. Weil ich mal diesen doppelhändigen Move nie machen kann. Weil dafür brauche ich ja, wie gesagt, eine doppelhändige Waffe. Und das ist ja nicht so unbedingt mein Fall. Aber derzeit finde ich die richtig super, die doppelhändige, die ich hier benutze. Mhm. So, ey, jetzt ist aber, also, viel hier, also, das ist doch nicht mehr euer Ernst hier. Bist du schon Level Up? Äh, nö. Ach, du bist Level 37 schon längst. Jetzt bin ich erst Level 37. Oh. Ja, ich sag ja, ich hink hier ein bisschen hinterher. Ja, ein bisschen. Also, ein bisschen das leichter Vertrieben. So. Oh, das war schön. Davon hau ich aber ziemlich viel rein, also, das ist auch okay. Ja, äh, nee, ich, äh, brauche nur meine Schwäge hier die ganze Zeit nicht. Boah, hört ihr mal auf, was machen die denn hier für ein bisschen? Ich weiß nicht, auch nicht, ich sehe gar nichts mehr. Ich mache hier die ganze Zeit so ein komisches Fliegelz oder so und da ist ein Typ. Okay, jetzt bin ich fast tot. Blablabla. Chill. Au, 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 au. Ich glaube, das ist aber... Oh, fuck. Ich bin tot. Ja, nee, der macht irgendwie, äh, nicht so viel gerade. Der hat mich getötet. Stopp. Mann, dein Hund könnte auch mal ruhig auf die kleinen Creeps gehen. Ich wusste nicht, dass der plötzlich einfach so viel Damage reinhaut. Ja, der hat gerade einfach unglaublich viel Damage reingehauen, einfach so. Der hat mir mit drei Schlägen und da konnte ich noch nicht mal drücken. Ja, ich mache jetzt, teile mich. Konnte ich noch nicht mal sagen. Yay, und er ist down. Yay, und da kommen noch zwei Vieh raus, wieso auch immer. Oh ja, oh ja, oh ja, alles meins, alles meins. Oh, wie viel Effekt gerade auch hier auf dem Bildschirm war, das gab es ja nicht. Bogenschützen-Messing-Stock. Hm. Das ist ein Schauberstab. Bin ja sehr empfetzt. Äh, ich mag den Reistern beim Kirsch eigentlich. Ratte drüberlaufen. Wo ich ja eigentlich Ratten mag. Ich bin ja viel zu lieb, um Ratten zu töten. Ich mag ja alles, was irgendwie wie du willst, außer Spinnen. So, äh, Viech und Kakerlaken natürlich auch nicht. So, äh, was ist, du stehst da so teilnahmslos rum. Ja, 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 ich mache hier gerade was. Warst du ein Seraphie-Alchemie-Set? Seraphie-Alchemie-Set. Reinlatschen? Ja. Aber guck mal. Guck mal da hinten. Erstmal noch die anderen Leute hier umbringen. Ich füge gerade den Pilz hier hinten. Oh, wo ist der gespawnt? Oh, ach so. Das muss man sogar umhauen. Heiß aus. Boah, jetzt, äh, du Scheißpenner. Okay, der wollte mich angreifen. Der darf mich nicht angreifen. Oh ja, der macht aber nicht so viel damage, glaube ich. Aber er macht Feuer, also Giftfeuer. Und er ist ja schon ziemlich down. Oh, hallo? Uhu. Wie, ich finde, ist er schon ziemlich down. Ja, der macht viel damage teilweise. Aber dann doch irgendwie manchmal wieder nicht. Komisch, manche hat mal so den Eindruck, dass die gleichen Moves irgendwie einmal weniger damage machen, andere einmal mehr damage machen, ohne dass sie gut gestreffen. Naja, so sieht das halt aus. Aber irgendwie kriegen wir den trotzdem down. Ich drück gerade einfach nur so auf den Bildschirm rum. Ich guck gar nicht so richtig hin. Ich auch nicht. Ich hab die ganze Zeit, mein Heilungs... Ich mach immer Heilung für so, weißt du? Ich hab mein Heilungsbot gar nicht drin. Wir haben gewonnen. Ja, ich hab aus Versehen noch den Dingens in anderen Spot gespawnt, weil ich nicht so spammig bin. Yay! Was auch immer wir gemacht haben. So. Ich hab irgendwas gefunden. Einen goldenen Schlüssel haben wir gefunden. Fernets Spur. Ich hab keinen Schlüssel. Na, guck mal da hinten. Oh, da gab sogar was drin. Da war ja irgendwas, was viel zu schnell wieder weggeklickt wurde. Ähm, ja, nichts Wichtiges. Visier-Ringpanzerjacke. Ich hab irgendwelche Handschuhe gefunden. Politus Sporenbeutel. Hm. Auf der Attribut Geschicklichkeit, das bringt's auf 15%. Du hast 69 Gesundheit, vier Maler pro... Ja, das wär super. Hier ein Feuerschaden auf 8%. Ja, egal, ich nehm die jetzt einfach mal. Was soll's. Die sind jetzt von der Stufe wesentlich besser angepasst an mein Level. So, äh, ja, was ist los? Was, was... Wir können wieder zurück und, äh, die nächste Sache machen. Erfordert Montage können wir jetzt machen. Oh, äh, ich hab gerade der blaue Bolitus gefunden. Ja, den haben wir doch schon längst... Also, ich hab schon längst abgeschlossen. So, Gütze ins Imperial Lager zurückkehren. Ich hab irgendwas, glaub ich, nicht aufgenommen aus Versehen. Oh, ich hab unverteidete Attributpunkte. Nicht. Ich hab gar nichts unverteid... Leider. So scharf. Ein auf Fokus, vier auf Vitalität. So. Das grad einfach unkratzt. Du bist du. Jetzt hab ich eine vierprozentige Chance auf Verbrennen, Einfrieren, Elektroschock und was auch immer. Vergiften. So. Wir gehen weiter in die Richtung der Richtung. Die Richtung der Richtung. Die Richtung auf Richtung. Die Gichtigkeit. Aber ich glaube, da gehen wir einfach nur zurück, oder? Was? Nein. Keine Ahnung. Sieht so aus. Ne, wir gehen nicht zurück. Da ist doch... Halt mal, da ist gleich noch eine Quest daneben gewesen. Oh ja, okay. Ah ne, da müssen wir einfach nur zurück. Das ist die Quest, wenn wir zurückgehen. Aber ich mein die andere Quest. Nein. Ich wollte gerade sechs drücken. Bei mir ist es sieben. 422 Volk kostet es mich jetzt. Kostet es mich jetzt. Hier sind jetzt so viele Gegner. Ich bin voll am Arsch. Voll für alle Fälle. So, was? Ja, der Typ hier macht gerade ein bisschen Damage. Das Problem ist, dass ich zu wenig Mana habe. Ja, ne. Ich hab nichts, mit dem ich Mana einsetzen kann gerade. Ich bleib stehen. Warum greift er plötzlich mich an? Yay, ich habe Mana unendlich einsetzen. Fuck it. Das war gerade sehr knapp wieder. Stürb! Ey! Ihr kleinen Mistviecher. Wir haben es umgehen gekriegt. Ich bin schon wieder schwer verwundet. Bist du schon Level ab? Äh, was? Wie weit bist du vor Level ab? Mein Gepäck ist voll. Keine Ahnung. Mein Gepäck ist voll übrigens. Ein bisschen. Ähm, ganz kurz vor. Also halben Balken kriegen wir noch. Kippen wir noch. Ich hab ihn jetzt mal bei der Hälfte. Okay. Ja, schön ist das auf jeden Fall. Gut, gut. Ehe Scheißkackpilze. Hört mal auf. Boah, wie der einfach die Bäume hier grün macht. Äh, die ganz pink macht. Äh, lila macht. Äh, irgendwie ist es schon. Bla. Naja, irgendwelche Farben. Wie der einfach irgendwelche Farben an die Bäume pinselt. Ja. So, und wieder heilen. Ich musste mich die ganze Zeit heilen. Das ist echt schlimm. Ich hab mein Heilboot wieder nicht gespawnt. Deswegen. Mann, das merkt man sofort. Bääm. Ah, das hast du wieder gemacht. Ich bin schon blüht. Ah, ich bin Level 38. Wow. Einfach so. Ich hab nichts gemacht. Ich krieg einfach Level hier. Weil das Spiel 1 sieht, dass ich OP bin. Oder so. Nee, wahrscheinlich ist es der interne Mechanismus, der anfällt, wenn man zu schlecht spielt und das Spiel einem helfen will. Ja. Äh, äh, so. Äh, dieses Verliegen. Ähm. Wir haben gemerkt, dass das Spiel, äh, äh, dass das Spiel zu schwer für dich ist. Möchtest du die Schwierigkeit herabsetzen? Ja, weißt du, das ist das Schlimme. Ich hab letztens auch hier, äh, hier bei Gran Turismo war es auch so. Aber was? Ich bin viel langsamer als alle anderen. Und plötzlich, ja, bin ich erster. Einfach so. Ich bin viel langsamer. Viel langsamer. Viel. Ich verliere die ganze Zeit, aber am Ende, ja, muss man erster sein. Ja, klar. Das ist geil. Das, das, das ist die Logik gespielt. Ich krieg Damage. Ah, ich krieg Damage. Ich kann nicht weg von hier. Oh mein Gott. Nein, nein. So. Wie sie einfach immer sagt, ich habe wenig Gesundheit, so vollkommen trocken. Ich habe keinen Platz mehr. Das ist mal gegen Olle. Also wirklich, ich mache Hei-Hudi in den Heiltrank rein. Was muss es mal geben? So, Auto-Heiltrank. Na, gibt's bestimmt die Fähigkeit. Auto-Heiltrank. Du hast eine 2%-Chance, dass du einen Heiltrank einsetzt. Genau, ja. Das bringt's ja dann voll. Ja. Hey, ich laufe hier einfach lang und alle greifen mich an. Und dann mal ja BAM und all den Punkt. Vor allem, wie lange ich auch Gegner rauffauen muss teilweise. Ähm. Ja, ja, ich auch, aber... Nee, du haust einfach 3-5 mal deinen Zauber rein und dann ist gut. Ja, aber das ist schwierig, weißt du? Ich habe Geld. Aber das verliere ich gleich wahrscheinlich wieder. Hey, ich... Ich kräfte sie gar nicht. Aber wirklich so ein Eindruck, dass du alleine spielst, im Endeffekt. Ja, ja. So und wie ist es auch. Ganz im Gegenteil steht da natürlich, dass ich überall gelevelt bin, als du. Oder sowas. Ja, keine Ahnung, wieso. Schreiner was? Ah. Speed. Oder so. Oder Gesundheit oder whatever. Ich habe Stehpunkte gekriegt. Das gibt's ja nicht. Äh. Ja, stimmt ja. Ich bin ja Level upped. Level geupped. Okay. Äh, warte mal. Ich muss mal kurz meine Punkte verteuern. Ja, ich will ja eigentlich gerne mal Feuerschlag oder sowas. Ach, das wäre so schön, hier mal so ein über-OP-es Ding zu machen. Mal zur Sturmstoß und rüste den mal direkt hier aus. Oh, wir können jetzt gleich hier rein. Eins. So. So, Best. Hau. Zu dir, Best. Aus. Übens. Oh, ich muss hier gerade stürmen. Ich stürme gerade so ein bisschen. Hier, warte mal. Sturm. Und nochmal Sturm. Ich weiß nicht, ob das das bringt. Bash. Ich habe es gesehen. Meine neue Fähigkeit. Dash. Okay. Mal sehen. Das war vollkommen genuschelt gerade. Aber ich habe es verstanden. So. Das war total. Es war noch nicht mal der Witz. Wegpunktportal. Der normale. Egal. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Mir lädt es noch. Aha. Jetzt bist du da. Oh, die kommen aus den Pesthauch-Sümpfen. Wer hätte das gesagt? Kann ich das nochmal anklicken? Ja. Ich bin es immer gewohnt, die Dinger anzuklicken. Aus. Weißt du noch? Wo man die mal anklicken musste damals? Ja. Man ist zwei Meter davor gestorben. Wir haben von vorne gegeben. Okay. Ey, jetzt hör auf. Diese blöden Wehrwölfe hier. Was hast du mit deinem Begleiter gemacht? Wie ist das so eine herzliche Katze? Ja, mein Begleiter ist keine herzliche Katze. Aber. What the fuck? Wie viel Damage hat mir gemacht? Oh, hast du mein Ding gemacht? Hast du das nicht gesehen? Nein. Ich möchte es auch gar nicht sehen. Ich habe gerade so unglaublich zuerst auf das Ding. Ich kann gerne was mit meinem, wenn du haben möchtest hier. Ich mache gerne was mit meinem. Hier. Was gibt es denn alles? Ein Amok-Fisch. Amok-Fisch? Ich will gar nicht. 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 Ein Maulberufs-Biest. Tja. Ja. Jetzt haben wir alles hier. So, wir gehen aber weiter natürlich zum Crest-Ding. Was auch immer. Das auch immer, ja. Genau. Das ist die Sache. Boah. Wieder kein Leben. Boah. Wenn du wieder die viel zu schwachen Heiltränke eigentlich. Ich benutze eh mal viel zu schwache Heiltränke. Ich hatte am Anfang der Aufnahme bei 50, jetzt habe ich noch 20. Wenn nicht, was du wahrscheinlich meinst. Ich benutze eigentlich schon OP krasse Heiltränke, aber die sind immer noch nicht die, die ich kaufe. Oh, what the fuck? Was ist denn hier los? Weiß auch nicht. Das leckt richtig, weil so viele Gegner da sind gerade. Oh, aber das ist ein Legendärer, also ein Champion-Gegner, weißt du? Ich habe hier gerade so einen scheiß Spawner wieder vor der Nase. So. Ja. Der Fried. Ich bin ein Nahkämpfer, du kannst es nicht machen mit mir. So. Jetzt ist er tot, wenn ich genau meine Fähigkeit auf Max habe, weißt du? Vielleicht unten ist übrigens Weg. Ja, klar. Weiß nicht, ob das der gleiche Weg ist wie oben, oder ob das ein Rundgang ist oder so. Wieso hier einfach überall Flammen sind, ich habe keine Ahnung, kannst du nicht sagen. Ja, man wartet irgendwie gerade jetzt so ein bisschen darauf, dass mal wieder was zu Kübel rauskommt, oder? Ja, würde ich auch sagen.